jo meine freunde was geht ab euch wieder hier am start mit einem neuen video was ich schon zum 50 mal vertone weil ich einfach nicht auf den punkt komme deshalb fange ich dieses video diesmal so mit an dass ich einfach sage ich habe einen zweiten kanal erster link in der beschreibung aber ihr wollt natürlich wissen was ist das für ein kanal was kommt auf diesem kanal und warum mache ich mir einen neuen kanal in diesem moment wo dieses video rauskommt ist wahrscheinlich auch schon das erste video auf meinem second channel draußen und das ist ein ja ein let's play möchte ich schon fast meinen und zwar über den fernbus simulator ein hoch auf unseren bieber busfahrer das finde ich auch schön bieber busfahrer wenn du wenn du zuguckst challenge spiel bitte den fernbus simulator ich weiß du spielst viel cs go ja ich bin im bilde aber ich weiß das natürlich ganz zufällig bitte spiel doch mal den fernbus simulator ich schwöre dass es härter als jedes match das du jemals irgendwo gespielt hast ich liebe diesen mann ja ich nehme es an wie gesagt auf meinem second channel jetzt in diesem moment müsste die erste folge draußen sein ich werde es direkt nach diesem video hier recorden und bin mal gespannt jetzt auch gespielt hat gesagt man tiltet dort auf jeden fall wenn ich das wie gesagt aushalte drei stunden das wird dann mehrere folgen eingegliedert schaffe ist ja zu spielen dann hut ab und ich probiere das ganze und als kleines leckerli noch für den channel habe ich mir gedacht wenn wir 50.000 abonnenten innerhalb von 24 stunden schaffen dann werde ich hier auf diesem neuen kanal ein minecraft special hochladen ja wer hätte sowas gedacht jungs ich wurde immer reingeforst sowas zu spielen und ich hatte es ja damals wo es rausgekommen ist in der beta mal zwei wochen und ich habe sogar noch meinen bieber nato account da drin ist es krass und ja wenn wir 100.000 schaffen das das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren dann werde ich zusätzlich noch ein einstündiges call of duty gameplay hochladen und da müsst ihr mir mal in die kommentare schreiben was für ein call of duty also eins was wirklich mega aids ist okay und wir haben auch heute noch das thema gambling auf dem zettel das kommt am ende des videos also fange ich an mit dem was ich vor viereinhalb monaten produziert habe und zwar das video digga was kein csgo mehr das habt ihr ja fast alle gesehen möchte ich mal in 214.000 klicks 21.000 likes und nur 1000 dislikes dies hausen sich seit sind die leute die nur eine minute davon gesehen haben oder nur den titel gelesen haben keine sorge in dem video geht es nur darum dass ich gesagt habe ich möchte mich ein bisschen kreativer ausleben und möchte mehr commentaries machen ein bisschen mehr mit facecam arbeiten ein bisschen andere spiele spielen alte spiele trash games neue spiele und einfach ein paar neue sachen ausprobieren weil csgo auf dauer auf diesem gaming kanal der eigentlich ursprünglich ist einfach mal ja ein paar andere sachen bringen und nicht nur counter strike und da war das geschrei groß hoffentlich wird es kein vlog lifestyle kanal und so habe ich gesagt jungs keine sorge wird nicht passieren und ist auch nicht passiert denn ich habe ein paar sachen ausprobiert spendy war ja zwei tage bei mir wir haben ja hier super nintendo gespielt mit challenges ich habe gegen monte gespielt wir hatten hier overwatches mit unseren krassen schauspieler künsten wir es gesehen hat ich hatte case openings noch mit facecam aber ihr merkt schon ist es trotzdem ja alles irgendwo csgo basierend auch die challenges teilweise also außerhalb des super nintendo aber wir haben ja auch noch andere gemacht wo wir halt csgo gespielt haben und egal was ich gemacht habe es hat immer noch trotzdem irgendwas mit csgo zu tun selbst die blogs mein esl wonnen wir waren halt darum die pro matches von csgo zu gucken er verkommen mit meiner freundin gemacht quiz duell gemacht das hatte man nichts mit csgo zu tun das kam auch relativ gut an aber auch selbst die bibel homo challenge hier war halt counter strike 101 und ja es geht halt alles in richtung counter strike immer und immer wieder und wenn dann da teilweise mal andere videos kommen zum beispiel ich hatte hier battlefield 1 gespielt und das kam echt ziemlich gut an wenn wir uns das kann mal angucken battlefield 1 das hatte hier ich mein 6.600 disliken 110.000 aufrufe mega krass aber jetzt kommen wir zum spannenden punkt wenn jetzt einer hier subscribt wegen battlefield weil er das video so cool fand ja für den habe ich eine traurige nachricht das wird halt auf diesem kanal nicht so oft kommen weil stellt euch mal vor ich lade jetzt hier einfach eine woche lang nur noch battlefield hoch wenn es dann rauskommen würde ich würde sehr viele von euch vertreiben weil die mich halt abonniert haben wegen csgo content das kann ich auch absolut verstehen deswegen ziehen wir hier eine schranke alles was ab sofort mit gameplays also von verschiedenen spielen zu tun hat mit facecam commentaries irgendwelchen vlogs irgendwelchen heißes lifestyle nee ist eigentlich comedy vlogs darf so mit sascha wenn wir christuell oder so machen ich war ja zu unsympathisch tv wahrscheinlich nächsten monaten drehen wir ein bisschen was ab auch für meinen neuen kanal dann seid ihr hier falsch denn das wird jetzt alles auf dem neuen kanal sein die biba playstyle wird somit hier auch eingestellt es kommt noch ein winning part video ja ein winning part video kommt noch auf diesem kanal ich habe nämlich einen vertrag und geschrieben für zwei videos also kommt noch eines logischerweise aber alles ab da kommt dann auf meinem neuen kanal ja auf meinem main kanal hier auf biba nato kriegt ihr csgo content aber commentaries und all der andere stuff was mich betrifft facecam vlogs private sachen keine ahnung der ganze kram ab sofort hier auf dem biebdo channel den habe ich jetzt erstmal so genannt der hat auch übelst den komischen link ihr habt den auf jeden fall erster link in der beschreibung so kommen wir nun zum thema gambling ich werde in zwei bis drei wochen mein sellout stream machen und dazu kommt noch mal ein gesondertes video wie was wo hier auf dem kanal allerdings müssen wir jetzt gerade mit twitch prime mit abgrundtief krassen subs rechnen und dahingehend habe ich mir neue gamble partnerships klar gemacht zum einen hätten wir drake moon das ist eine case opening seite wurde bereits von anomaly und sparkles und anderen youtubern promotet allerdings werde ich das nicht so deklarieren dass man da übelst mit profit rausgeht denn nun ja gamble pages sind gamble pages und am ende gewinnt immer die bank oder die seite genauso wie bei normalen case openings geben gewinnt immer meine freunde diese videos dienen allein der unterhaltung und ich denke mal wenn wir was schönes aus den case raus sehen habt ihr da auch was von denn ihr könnt das ganze gewinnen und auf csgo roll werde ich mit meinen jungs auch spielen das design erinnert mich stark an diamond es gibt ein crash roulette und die system und die schrift sieht aus wie bei wild und der ganze kram wird auch in den sellout stream mit einfließen oder ich werde auf youtube wieder gewollt machen denn das ist das was ich so ein bisschen vermisst habe und ich finde das gehört auch so ein bisschen zu einem csgo channel dazu so genug geschwätzt über den sellout stream und über den gambling kram es geht ja hier allgemein um meinen neuen kanal wie gesagt ab 50.000 kommen minecraft special ab 100.000 cod eine stunde schreibt sie in den kommentar was mit cod und dankeschön fürs zusehen ich bin mal gespannt macht's gut junge fast 200 fast 200 oh 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 shit der war sick oh du scheiße das muss ich rauskannen was denn was denn was was ne hahaha haha 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 haha